Liebe Jenny, ich versuche seit 14 Jahren, dir diesen Brief zu schreiben. Heute werde ich es endlich tun. Ich werde heute Nachmittag für alle meine Fehler bezahlen. Es ist nur gerecht. Es wird Zeit. Sicher hast du es gelesen. Mein Leben als ein Söldner. Das Leid, das ich brachte. Das meiste ist wahr. Ich sollte es bereuen. Ich sollte den Tod fürchten. Tu ich nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bedauere nur, dass ich dich nie kennengelernt habe. Du bist alles, was zählt. Ich habe leider nie verstanden. Dein Vater. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Abenteuer. Dieses Mal Kane & Lynch Dead Man. Kane & Lynch ist von 2007. Ich muss dabei nebenbei auf meinen Notizzettel mal gucken. Also das ist vom dänischen Spieleentwickler IO Interactive. Wem das nix sagt. Und es gehört zum Genre Third-Person-Shooter. Also ein Action-Abenteuer immer wieder. Ich habe es schon auf Twitch angefangen zu spielen. Leider hat dabei die OBS-Aufnahme nicht funktioniert. Und deswegen hole ich das jetzt nochmal im Offscreen nach. Ich hoffe, es wird genauso heftig wie das letzte Mal. Ich habe keine Ahnung. Es ist gar nicht so schlecht, dass ich es nochmal anfange. Denn es hat mich zu Beginn ganz schön überfordert. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf Kampagne drücke, hoffe ich, dass wir dann im neuen Gain anfangen. Okay. Ich schaue eben nochmal, ob alles läuft soweit. Sieht gut aus. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Der Anschlag. Sieht schön aus. Hey Cain, wach auf. Hey Cain. Was? Du musst deinen Kopf schützen. Was redest du denn? Schütz deinen Kopf. Los! Ich bin soweit. Ich bin soweit. Okay. Sie sind so schnell. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Geh auf. Okay. Au, au. Okay. Geh in Deckung. Komm mit. Komm mit. Entdeckung. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie das ging. Wie ging es denn nochmal in Deckung? Wie konntest du nochmal rennen? Konntest du? Konntest du rennen? In die Gasse. Okay. Kann ich hier irgendwas nehmen? Nein. Okay. Okay. Achso. Alles klar. Sie ist mitgenommen. Das zum Teufel ist hier los. An deiner Stelle würde ich tun, was dir gesagt wird. Es fällt dir ein, so mit mir zu reden. Deine große Zeit ist vorbei, alter Mann. Und hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Dann trage ich ihn über. Wir brauchen einen anderen. Okay. Stopp. E. Scheiße. Wir haben ein Problem. Wir brauchen ein neues Taxi. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles hin. Ähm. Okay. Wir haben die in der Hand. Shit. Souverän. Souverän. Souverducken. Souver normal gehen. Okay. Okay. Oh. Ist er tot? Kann ich irgendwas nehmen? Nein. Okay. 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 Ich muss wieder reinkommen. Das ist so hammer das Spiel. Hallo? Okay. Drücke M, um das aktuelle Ziel einzuf... Okay. M. Fliehe in die Gasse. Ähm. Ich wirke genauso verpeilt wie zu Beginn. Kann ich... Kann ich hier irgendwie... nicht Munition automatisch mit? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Okay. Das ist so krass. E. Beim Gehen, um zu klettern. Das kriege ich hin. Okay. Oh. Ich habe mir weh getan. Okay. 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 Ähm. Was? Hände hoch. Äh. Granate zurückwerfen. Was? Granate zurückwerfen? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Okay. Ähm. Okay. Wir müssen auf den Helikopter. Entschuldigung, dass ich am Anfang mal wieder so verpeilt bin. Aber ich habe keinen Druck. Meine ganze Munition... Meine ganze Munition? Äh. Ich... Ich... Ich baller mal einfach... Okay, okay, okay. Wie viel von dem... Okay. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh, ich... Es ist... Es ist ein Trauerspiel. Okay. Wir können hier rein. Okay. Wir sind jetzt hier drin. Wir sind jetzt hier drin. Okay. 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 Gut. Was? Okay. Okay. Es tut mir leid, dass ich gerade so still bin. Die nehme ich sehr gerne. Was hast du? Nenne ich auch mit? Nenne ich alles mit? Oh, 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 oh. Ich muss hier weg. Ich muss mal hier weg. Alter. Alter. Habe ich einen Peil? Nein, habe ich nicht. Oh. Du bist ein Officer. Okay. Au, 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 au. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe so einen Schiss. Oh mein Gott. Okay, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Ich glaube, ich muss die Mausempfindlichkeit ein bisschen runterziehen. Also für mich auf jeden Fall. Willst du jetzt noch? Okay, wartet mal. Ich muss einmal die Mausempfindlichkeit etwas runterziehen. Oh. Okay. Die ist schon unten. Dann muss ich einmal in das Spiel reinkommen. Ganz einfach. Okay. 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 Verdammt. Ich bleib ganz ruhig. Ich bleib ganz ruhig. Wo kommen jetzt denn noch Schüsse her? Wo kommen jetzt noch Schüsse her? Da. Oh Mist. Lass mich. Au, warum? Okay. Alles an Munition bitte mitnehmen. Durch das Luft. Okay. Das ist, das ist so, das ist so. Was muss ich denn jetzt machen? So wechsle ich die Waffe. Okay, ich bin hier. Durch das Luft. Okay. Ich komme. Ich bin da. Wunderbar. Wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Ich renne einfach dem Typen hinterher. Was jetzt? Der Helikop... Au, 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 au. Was ist das? Ist sie besser? Ich weiß es nicht. Ach, verdammt. Vielleicht, äh, es tut mir leid. Ich bin schon wieder so überfordert. Au, 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 au. Hier rüber. Ich komme. Okay. Über die Mauer. Über die Mauer. Okay. Mit E-Klettern. Das, boah, das ist so. Drückst du, während du gehst. Okay. Das habe ich rausgefunden schon mit dem Sprinten. Okay. Okay. Nee, dann geh doch einfach die Treppe ruf, Mann. Ja. Granate, Deckung. Okay, ich bin weg. Okay. Wir müssen hier rüber. Äh, dürfen wir so. Okay. 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 Oh, oh, oh. Ah. Okay, habe ich. Ah, ihr rennt darüber. Okay. Ich komme. Okay, 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 okay. Warte. 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 Um den kümmere ich mich. Okay. Ich komme. Äh, ich muss da lang, da lang. Stopp. Nein. Oh. Entschuldigung. Nein. Hoch. 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 Ich habe es. Ich habe es gleich. Und hoch. Oh, die lässt ja bei euch Zeit. Okay. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Okay. Uh. War das gut? War das korrekt? Okay. Das sieht gut aus. Wir rennen, wir rennen, wir rennen. Oh Mann. Gleich zu Beginn aus dem Gefängnis ausbrechen. Das ist der Hammer. Oh. Was hast du gemacht? Okay. Wir sind beim Flugplatz. Ja, alles klar. Wir sind gleich da. Ah, mir gefällt das mit der Audio nicht. Es tut mir leid. Musik laut Stärke. Hintergrund laut Stärke. Sprecher laut Stärke. Hintergrund nehmen wir mal ein bisschen runter. Okay. Ähm. Ich hoffe, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Weil ich höre bis auf Rauschen zur Zeit gar nicht. Okay. Uh. Okay. Ich gehe mal da hinten hin. Steuerung, um dich zu dücken. Das habe ich hingekriegt. Okay. Ich wiederhole. Lassen Sie Ihre Waffen weg und kauen Sie mit erhobenen Händen raus. Wir haben das Gebäude aufschnitt. Okay. Es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen ruhiger bin. Aber für mich ist das hier sehr hohe Konzentration. Während andere das so easy-peasy mal eben durchziehen. Wo? Ich sehe dich nicht. Okay. Okay. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wo ist er? Wo ist hier noch einer? Okay, 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 okay. Okay. Wo ist hier noch einer? Deckung? Ach, das ist doch blöd. Okay. Okay. Okay, zum Donut-Line. Ich komme. Warte. Munition. Okay. Ich nehme mal alles mit, was noch geht. Ach, die haben alle eine andere Waffe. Uh, uh, uh. Ich komme. Zum Donut-Line. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Super. Ich bin da. Ich bin da. Was, was jetzt? Okay. Ich sollte mir einen Platz am Fenster suchen. Okay. Den habe ich. Oh Mann. Ich bringe mir die ganzen Cops um. Ups, das ist Mülleimer. Uh, uh, du. Okay. 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 Nachladen. Okay. Okay. Einer ist da noch. Einer ist da noch. Einer ist da noch. Okay. Mist. Munition leer. Munition leer. Ah. Okay. 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 Wo müssen wir denn lang? Warte. Warte. Da sind sie. Da sind sie. Hoffe ich. Okay. Ups. Hey, wir verschwinden jetzt. Ja, bitte. Meine Munition ist alle. Okay. Gehen wir. Vorwärts. Laden. Wo fahren wir hin? Ich denke, das weißt du. Und stülpt ihnen was über die Köpfe. Hey, fass mich nicht an. Bleib ruhig, Lynch. Alles bestens. Das war aber nicht Teil des Deals. Schafft sich heraus. Wir haben eine kleine Überraschung. Okay. Auf diesen Moment freue ich mich schon seit vier Jahren. Dachte, ihr werdet alle tot? Ich sollte dir auf der Stelle den Hals umdrehen. Warum tust du es nicht? Oh, das werden wir. Verlass dich drauf. Du hast uns verraten, Cain. Du hast uns zurückgelassen und die Beute geklaut. Einen Scheiß habe ich. Cain, dafür haben wir keine Zeit. Wir haben deine Frau und deine Tochter. Ihr habt Hass? Du lügst doch. Ich will mit ihnen reden. Schlauzel, du hast ja gar nichts zu wollen. Du weißt, ich muss dich töten. Aber ich mach dir ein Angebot. Bring die Beute zurück und ich lass sie laufen. Carlos. Sorry, Cain. Aber du weißt selbst, wie das Spiel läuft. Ich habe dich wie einen Sohn behandelt. Du hast drei Wochen. Nicht mehr. Du weißt Bescheid. Da drüben im Auto ist alles, was du brauchst. Okay. Ich bin Lynch. Wofür ist das Telefon? Ich muss mich jeden Morgen und Abend bei Ihnen melden. Na toll. Ein verdammter Wachhund. Wenn ich keine guten Nachrichten habe, fang sie mit deiner Frau an. Nicht solange du das tust, was ich dir sage. Mal sehen, was im Auto für uns ist. Okay. Das fand ich schon bei dem ersten Test so blöd, dass ich ihm alles beibringen muss. Dabei habe ich doch überhaupt keine Ahnung. Und ich hoffe, dass es diesmal besser ist. Das ist alles, was wir brauchen. Ihr Nimm. Ist ein Ohrhörer. Lass ihn immer drin. Okay. Nicht so schnell. Die hier ist für dich. Okay. Halte. Genau. Festgedrückt. Drücke W zweimal. Um Lynch die Primärwaffe zu geben. Okay. Wunderbar. E nehme ich. E nehme ich. Nimm die hier, falls dir mal die Munition ausgeht. Okay. Und die nehme ich jetzt. Okay. Wir gehen jetzt hier hin. Was? Okay. Scheiße. Von diesen Idioten muss ich am Leben halten. Hör zu. So wirst du nicht lange überleben. Was soll das? War doch ein guter Schuss. Das habe ich nicht gemeint. Du bist sicher gut. Du sollst nur nicht erschossen werden. Ich brauche dich lebend, damit du weiter telefonieren kannst. Gut. Folge mir einfach. Und bleib so gut es geht in Deckung. Kapiert? Okay. Also. Wir sind da. Geh in Entdeckung. Geh hinter dem Automaten Entdeckung. Okay. Das machen wir. Um Glynn zu vollen. Okay. Wunderbar. Er macht es nach. So treffe ich aber nichts. Wenn du unbedingt zielen musst, mach es schnell und geh wieder in Deckung. Klicke, halte M2, um ohne deine Deckung zu verlassen. Okay. Geh mal aus dem Sichtfeld. Okay. Das ist voll daneben gewesen. Das ist schon besser. Okay. Alles klar. Gut. Und vergiss es nicht. Gehen wir zum Auto zurück. Okay. Ich hoffe, ich vergesse es nicht.